Unsere aktuelle Bayerische Band der Woche sitzt hier bei mir im On3-Studio und zwar die Jungs von Manuel Kant und ich sage Hallo. Schön, dass ihr da seid. Wir in der Musikredaktion haben schon seit ungefähr gefühlten zwei Jahren ganz oft über euch gesprochen und haben immer wieder Sachen von euch angehört und dann kam immer dieses schlimme Argument, das ist noch nicht so weit, das ist aber geil, wir brauchen was, was nach Album klingt, was nach Studioaufnahme klingt und hatten gedacht, da kommt irgendwann so eine schüchterne kleine EP ums Eck. Stattdessen auf dicke Hose gemacht, nach Berlin gezogen, Album rausgeballert, Plattendeal. Das war alles doch ein krasser Masterplan, um uns alle zu foppen. Masterplan haben wir nie gehabt, aber auch nicht über Nacht passiert. Es hat sich schon so ein gutes Zeitchen hingezogen, sicher ein Jahr oder so, wo wir dann öfter in Berlin oben waren und so Gespräche geführt haben und Auftritte gespielt und was weiß ich. Also hat ein Zeitchen gedauert auf jeden Fall. Lass uns mal über eure Texte sprechen, weil da muss man vielleicht ein bisschen ausholen, bei deutschen Texten ja ganz oft das wahnsinnig in die Hose gehen kann und man sich schrecklich schämt, weil irgendwie das platt ist oder weil man versucht besonders krass zu sein und in der Muttersprache fällt es einem noch viel mehr auf, wenn es nicht funktioniert. Bei euch ist das tatsächlich und Gott sei Dank nicht so, weil ihr wer, wie ich finde, echt eine coole Kombination hinbekommt aus eigentlich so diesen breitbeinigen, so ein bisschen Macker, Rock'n'Roll Klischees, die ich ganz geil finde, die aber gebrochen werden und die kombiniert sind mit durchaus feinsinnigem Wortwitz und klugen Beobachtungen. Also Rock'n'Roll Klischees auf der einen Seite irgendwie Saufen, Weiber, Drogen und so weiter. Und das trifft dann auf eine ganz große Sensibilität, möchte ich schon fast sagen. Vielen Dank. Das ist sehr gut erkannt. Absolut. Jetzt habe ich das Saufen und Feiern und Rock'n'Roll ja schon angesprochen. Der Song, den wir gerade gehört haben, entspricht dem gar nicht. Also die Aschweilen Mädchen ist ja ein Song, der bei mir bei den ersten Malen, wo ich es durchgehört habe, habe ich immer nur an Atomic Café Hühnchen gedacht und auf einmal so, hey Moment, da geht es gar nicht um blasse Indie Mädchen. Ist das gesellschaftskritisch? Ich weiß es nicht. Die Grundidee war da einfach, der Song ist so, mich hat er so ein bisschen an so alte Metal-Sachen erinnert. So 70er Zeug, Black Sabbath, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das totale Blödsinn, die ich jetzt erzähle. Aber es war so die Assoziation, die ich da gehabt habe. Und eigentlich war das erst nur so eine Geister-Idee von irgendjemandem, der in seinem Zimmer sitzt und Geister klopfen ans Fenster. Und was die jetzt genau bedeuten, diese Aschweilen Mädchen, was sie für einen Sinn haben. Also meine Assoziation reicht von, also klar von irgendwie Gespenstern, Vampiren zu Babystrich. Genau, so ein bisschen, ja. Auch so viel Pubertät steckt drin, so das, was die Eltern gerne von einem fernhalten würden, wenn es denn an die Adoleszenz geht irgendwie. Aber so genau lege ich das nicht fest. Das geht oft schief dann, wenn man so genau weiß, okay, ich will jetzt einen Song machen über die Pubertät und dann schreibt man und dann am Schluss ist es irgendwie ziemlich scheiße. Und so, deswegen, also eigentlich, der Prozess ist normalerweise immer, dass man sagt, man hat irgendwie ein cooles Bild oder eine coole Story und dann schaut man, was man damit macht und überlegt sich nicht groß da jetzt ein Konzept dafür, also ein verkopftes. Dann habe ich noch was allerletztes Lust zu werden, nämlich gewöhnt euch hier so an uns und an dieses Studio und so. Denn von nun an werdet ihr öfter hier sein. Ihr seid herzlich willkommen in der großen On3-Familie. Ihr seid jetzt nämlich Teil der On3-Startrampe für die nächste Staffel. Seid ihr dabei? Dazu ein herzliches Willkommen von mir. Ja, hallo. Schön, dass ihr dabei seid. Gibt es irgendetwas, was wir mit euch nicht machen dürfen? Weil Musikvideos werden gedreht, ihr spielt Konzerte, wo ihr euch schon immer mal spielen wolltet. Also ihr kennt das Programm, aber gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das könnt ihr vergessen? Wenn die Bezahlung stimmt, machen wir alles. Wer hat euch denn gesagt, dass es Geld gibt? Das frage ich mich auch gerne. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir uns nicht ausziehen müssen. Für alle Beteiligten. Für unangenehme Sachen verlangen wir dann Geld. Gut. Der Deal steht, keiner zieht sich aus und es werden nur schöne Dinge gemacht. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, dass ihr bei On3-Startrampe in Zukunft für die nächste Staffel dabei seid. Ich freue mich, dass ihr heute da wart und bei so viel Freude fällt mir nichts mehr ein zu sagen, außer Tschüss, Manuel Kant, unsere Bayerische Winterwoche. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.